hallo deutschland heute mal ein anderes video guckt euch mal deshalb habe ich das ist ja alles aussieht bei uns er hat richtig geschneit da ist die hölle los was da runterkommen ist das ist nicht normal richtig schön sogar die hobbie seine hütte die sieht man fast gar nicht mehr das ist ja der wahnsinn also wenn es im schwarzwald schneit dann schneid es richtig mein bus den erkennt man ja gar nicht ich habe heute morgen schnee geschehen bleibt es ist gar nichts davon guckt euch das an der hat heute morgen seit der zähne lag einmal 15 cm neuschnee echter wahnsinn wenn er schneit dann richtig mein mercedes um wie der aussieht den erkennt man fast gar nicht mehr guckt euch das an massen massen von schnee der hat nicht aufgehört seit heute morgen die ganze zeit hier war alles sauber ich habe heute morgen alles sauber gemacht und das ist seit dem 11 und jetzt haben wir so halb fünfe der wahnsinn das sind jetzt gerade mal 15 stund als der da runter klasse hat das ist der wahnsinn jetzt muss ich die maschine rausholen das fahrt noch ein paar das tor ist halb zugeschneit das wird jetzt lustig das alles mal sauber zu machen da freue ich mich schon drauf da sieht man es auf den kaugummi automaten sieht man genau da sind ja locker mal 30 40 cm oder da kommt der schnee schieber da geht es zur nachbarin ein bisschen sauber machen da spüúde dann traut dich sein das kommt der nächste Wahnsinn hinter dem Haus Boah das ist so richtig Ellis jetzt habe ich meine Toro rausgeholt, die darf jetzt ein bisschen scharfen, aber vorher brühe ich nur die Autos sauber machen, damit das schon mal alles unten ist und dann darf diese Maschine hier ein bisschen arbeiten, aber die ist schon alt, die habe ich mir mal von einem Freund geschenkt gekriegt, die habe ich jetzt schon mehrere Jahre und die funktioniert wie eine Uhr, so wie es sein muss. Also wenn er schneit, dann schneit er. Was da runterkommen ist. Der Rest haben wir morgen, da kommt eh noch ein Haufen runter, das wird richtig lustig heute. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Hof ist sauber, altfarbisch auch die Kurvelle. Ah, das sieht doch schon mal besser aus wie vorher. Jetzt kann man laufen. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Man möchte das Licht gleich angehen. Ja, aber so sieht er jetzt aus, der Hof. Fast Picobello, sag ich mal, könnte besser sein, aber sieht ja morgen nicht gleich aus. Deswegen, man muss es nicht übertreiben. Hier hinten haben wir alles schön sauber gemacht. So, meine Freunde, es ist halb sechs, ich habe jetzt eine Stunde sauber gemacht. Der Hof sieht gut aus. Ich bin betchnass, wie ihr seht. Maschine hat gut durchgehalten. Der Hof sieht gut aus. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Vergiss nicht, einen Daumen nach oben. Und ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. So, jetzt muss ich rein. Ich brauche jetzt einen heißen Tee. Aber mit Schuss ist ja klar. Ciao. Ciao.